Hi, ho meine Freunde, ich bin der G-G-Gamepad hier und hier geht's sofort weiter. Wow. Bei Let's Play Tomb Raider. Und hier geht grad alles. Es fängt schon super an. Ja, es fängt schon super an. Und nochmal. Und hoch. Und schräg drüber. Und der Akku von der Controller ist leer, super. Auch das noch. Und weiter. Was die Frau hier durchmacht. Super. Was haben wir denn hier? Super, Bergungsgut. Wo ist der Typ hin? Oh, super. Oh, super. Super, läuft richtig toll. Du gehörst mir! Penner. Okay. 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 Oh, da brauchen wir jetzt nicht warten. Ein seltenes Schloss, da stoßen sie wieder zu Raw, das werden wir natürlich tun. Na toll. Hier drüben! Oh, oh, oh. Seil, neue Ausrüstung erhalten. Okay. Seil. Okay, dann können wir das zum Einsturz bringen, alles klar. Das heißt, wir können jetzt mit dem Seil uns hier festschießen. Und das dann alles zum Einsturz bringen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Fils sind. Now go, wir kommen. Wieso geht das ja? Wieso geht das ja? Wieso geht das ja? Nö, aber. Nein, wir kommen schon wieder. Ja, wir kommen nicht. Dann hier gehen wir. Wir kommen nicht, dann. Dämmen und ein Asser. Ja. Immer diese Moldtropfschmeißer. Das war schlecht. Das auch. Ich habe keine Kugel mehr. Äh, keine Pfeile. So. Komm her. Der Typ noch da. Naja. Werden wir ja gleich sehen. Ne, scheinbar nicht. Nehmen wir uns unsere ganzen Pfeile wieder und gehen weiter in Richtung Roth. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Zeilboden. Okay. Dann machen wir den... Ne. So. Okay. Und dann auf geht's. Und weiter. Immer weiter. Hier drin haben wir nichts. Ah doch, Pfeile. Cool. Ganz schön stark, die Lara, aber naja. Ah, da ist er ja. Ich weiß nicht, ob wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich hab sie hergerufen, Roth. Hey. Wir finden einen Weg. Mayday. Mayday. Hier kommt Pilot Jessop von Kursag N177A. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich. Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wiederhaben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich geh jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen, Roth. Erreichen Sie das Rauchsignal. Gut. Der macht es sich da gemütlich. Hast du vielleicht noch was für uns? Irgendwie Munition oder so? Nein. Das wollte ich nicht. Ein Sturm aus dem Nichts. Ein klarem Himmel. Dein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt wird sie tot. So, zusätzliches Material, was wir plündern können. Jäger Upgrade. Sie sind konzentriert, haben mehr Zeit, um mit ihrem Bogen zu zielen. Mehr Munition, auch nicht schlecht. Dann nehmen wir einfach mal die Munition mit. Haben wir noch für den Kämpfer bestimmt was? Halten sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Wir haben sie ihren Feindstein unternehmen. Um diese... Schmerztoleranz kann nie schaden. Und dann nehmen wir einfach hier noch was mit. Sammeln sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern Lebensmitteln. Das hört sich nicht schlecht an. Das nehmen wir mit. Ups. Na super. Das mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Ja, ich fahre gleich damit. Zeit verschwinden. Alles klar, was macht denn der da? So, hier hätten wir auf Schommel... Hier hätten wir Schommel... Ruhe. Und wir müssen da runter, wo der Typ eben runtergerutscht ist. Da müssen wir auch lang. Und dann werden wir dem mal folgen. Wo ist er denn? Hm. Naja. Ist da jemand? Ross? Ich bin hier, Reyes. Hier ist die Lage. Wir sind in einer Gruppe Männer zu einer Art... Da gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja. Wir steigen bald den Dark runter und stoßen dann zu euch. Okay. Wir gehen ein Stück näher ran. Haltet diesen Kanal frei. Oh. Oh. Häng dich doch dran. Und Whitman, wie machen wir das noch? Ah ja. Ich muss dir gerade überlegen. Ja, ja. Warte bis ich fertig bin. Na, 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 na. Und mit diesen zwei Morden beenden wir den Part hier. Und dann geht es im nächsten Part weiter von Let's Play Tomb Raider. Oh.